okay ist schon mal schwer verwundet wirklich alles was ich auf jeden zauber und vom Pufft und nächstes ist die große Heilung durchgegangen was haben wir jetzt hier schon alles paar Zauber Klunker und eine Robe das ist Vampirgriff Schockenrobe sie trägt eine Robe des Reisenden ja gegen Geschoss und Odin Waffen und die ist gegen Klingen Waffen und gegen Tod wie sind denn ihre Rettungswürfe so ne lassen wir dies lieber so okay was hat das mit dem Ding auf sich ah nochmal ein Vermächtnis der Meister hm kann da nur Viconia tragen noch ne Schutzformel Detonationspfeil ja Safana hat wirklich mittlerweile alle möglichen Arten von Pfeile wie ihr wünscht so das heißt die Oberfläche der Feuerweinbrücke haben wir jetzt aufgedeckt jetzt müssen wir nur noch den Untergrund aufdecken und das wird um einiges schlimmer äh äh hi ja ja Okay, wir haben gerade keine Heilung mehr, weil wir die aufgebraucht haben. So. Okay. Die große Heilung für Nera. Noch eine Heilung für Nera. Eine für Safana. Die fremde ich mal selber. So, die letzte große noch für Viconia selber. So. Wie ihr wünscht. Oh, das heißt, es geht jetzt hier nach unten. Und ja, hier haben wir viel vor uns. Hier werde ich viel Quicksafes machen. Okay. Kobold Kommandos. Ich brauche... Sicher. Das wird kein schneller Tod. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ihr habt meinen Schatten mit Vergnügen. Wie kann ich das, ihr wünscht? Okay. So kommen wir wenigstens an genügend Feuerpfeile. Worum geht es, ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich alles mit Vergnügen. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Au. Aber natürlich, Schätzchen. Genau, tote Enten. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Aber meistens Fallen. Und ich habe nie ein Gefühl dafür, wie nah man diesen Scheißfallen sein muss, um sie zu entschärten. Die haben wir jetzt zum Beispiel auf eine ziemlich große Entfernung entdeckt. Seht ihr, wir haben das bisschen bis jetzt aufgedeckt. Wow. Okay, gelben will ich nicht hauen. Okay. 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 So, das ist ein großer Raum. Da gibt's nur eine Sache, die wir machen können. Ich will einfach mal einen Feuerball reinhauen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. Worum geht ihr, braucht nur zu fragen. Ja, weil das hier ist der sogenannte Zentralraum. Was für ein Problem habt ihr beide denn bitte? Jetzt gerade, also Dorn und Gehirn. Ja. So. Ja, mein Schatten. Mit Vergnügen. Die Gemeinheit ist halt, Zafana kann nicht gleichzeitig nach Fallen suchen und unsichtbar sein. Für euch tu ich an mit Vergnügen. Das sind normale Kobolde. Okay, die sind nicht gefährlich. Irgendwie kommt Zafana alleine an. Das hier darum ist ein Koboldkommando. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Mit Vergnügen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Wow. Dass wir die... Ah, der einfach vom Beilatschen konnten, ist krass. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geld, Geld und Feuerpfeile. Für euch tu ich ab, wenn das euer Wunsch ist. Ich brauche ein Bier. Ich fühle mich so sinnvoll. Wo ihr braucht, nur zu fragen. So, noch mehr Feuerpfeile. Mit Vergnügen. Das Hauptproblem ist, wir sind es hier eng. Das Verluchtzwein zu halten. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Ja? Wie ihr wünscht. Das Schwert wollte ich nicht. Ich wollte die Feuerpfeile haben. Wie kann ich helfen? Mit Vergnügen. Das ist wieder normaler Kobold. Den kriegen wir auch so tot. Worum geht es? Wie ihr wünscht? Ja, mein Sch... Aber natürlich, Schätzchen. Okay. Ikonia, heil. Nehmen wir mal. Und am besten noch mal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kommt, nervt jemand. Sicher. Ja, und ich nehm Kegain. Grundsätzlich, weil der hat ein Schild. Soweit ich weiß, war hier doch eine Falle. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So ein langer Gang ohne Falle ist etwas komisch. Ich brauche... Sicher. So, toter Kobold. Totes Kobold-Kommando. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Aber ja, langsam sondieren wir hier das Gebiet. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Wie ihr wünscht. Wieder ein paar Feuerpfeile. Ich glaube, ich habe gerade den Weg gewählt, der uns ans Ende führt. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sieht so ziemlich danach aus. Für aber natürlich, Schätzchen. Wie ihr wünscht. Das wird kein schneller Tod. Hier ist nämlich nett, da. Und ein paar Org-Regions und alles. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, noch ein Feuerpfeil. Oh, ist das eine Todeswolke? Yeah. Blitzschutzhaube. Die bringt uns nicht viel. Lalalalala. Trank der Macht. Trank der Stein. Vor dem Edelsteinchen. Alles erst mal wegpacken. Worum geht es diesmal? So, dann noch das einzacken. So, jetzt machen wir einen Quick Save und versuchen, den Zauber zu lernen. Den Zauber. Okay. Blitzstrahl ist mir eigentlich egal. Deswegen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Also ich weiß, da oben ist der Ausgang. Wenn das euer Wunsch ist. Wo, wie ihr wünscht. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Hm. Also ja, man sieht, wir haben noch ein bisschen was vor uns hier in diesem Labyrinth. Okay. 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 ativas. Bis zum nächsten Mal.